Freunde, seit über drei Monaten habe ich jetzt diese Pfeife bei mir zu Hause, die VZ Custom Mini. Man kriegt sie kaum noch zu kaufen und wenn man sie zu kaufen bekommt, dann ist sie schweineteuer. Also mal mindestens 250, realistisch eher 350 Euro muss man für die Pfeife latzen. Was die Pfeife kann, wie gut sie sich rauchen lässt und warum sie so einen besonderen Platz in meinem Herzen erobern konnte, das gucken wir uns heute an. Erstmal von unten nach oben. So viele Feature haben wir nicht. Auf der anderen Seite haben wir für eine russische Pfeife aber schon relativ viele Feature. Die Bowl ist die Standard Bowl, die mit dabei ist. Ich finde die eigentlich ganz schön. Die meisten Jungs, die ich kenne, die haben die relativ schnell aussortiert und haben dann eine andere Bowl drunter. Die meisten packen hier eine Cäsar Drop Bowl drunter. Ich bin kein krasser Freund von den Drop Bowls von Cäsar in klein. In groß mag ich die Drop Bowls sehr, sehr gerne, aber unter die Pfeife muss auf jeden Fall eine kleine Bowl. Dann haben wir die erste kleine Besonderheit. Es ist leider kein Schliff, also eigentlich eher ein Minuspunkt. Wir haben hier einen Anschluss mit zwei Ohrringen, der auch noch gottlos lang ist, dann einen Schlauch drauf zu bekommen. Ist wirklich einfach ein Stresstest. Das ist schon mal nicht so geil eigentlich an der Pfeife. Aber der hält und meistens mache ich den Schlauch einfach nicht ganz drauf und mache dann einfach nur den Schlauch ab, anstatt den Schlauchanschluss rauszuziehen und dann kommt man damit schon klar. Und dann haben wir die Base, die an sich auch erstmal noch relativ normal ist. Sie ist nur ein bisschen groß. Also sie guckt sehr, sehr oft, wie ihr hier jetzt auch seht, ein bisschen über die Bowls rüber. Das kann bei manchen Bowls extrem geil kommen. Auf anderen kann das ein bisschen komisch aussehen. Overall fand ich das Design aber sehr, sehr schön. Und wo wir schon beim Design sind, halt dein Maul diese Rauchsäule. Inspiriert wurde die Pfeife wohl von einer Nockenwelle von einem Auto. Man sieht es zwar auch, aber auch mich. Also ich habe kein besonderes Verhältnis irgendwie zu Autos oder so. Ich bin nicht so ein Automensch. Aber ich finde die Pfeife trotzdem unglaublich schön. Ob das jetzt von Autos kommt oder nicht. Aber die Rauchsäule ist für mich trotzdem ultra geil. Und was das Coolste an dieser Rauchsäule ist und was man der Pfeife erstmal gar nicht ansieht, da ist ein Molassefänger drin. Und zwar einer, der richtig was kann. Ich rauche gerade im Meerloch Must Age und Blackburn im Mix und du siehst nichts in meiner Bowl. Und der ist so groß, dass das halt auch meistens easy einen ganzen Tag reicht. Sprich, wenn du dann am Abend nach einem ganzen Tag Shisha rauchen oder am nächsten Tag diese Pfeife sauber machst, dann ist der Molassefänger zwar ziemlich voll, aber die Bowl immer noch clean. Und das ist schon krank. Und der sitzt praktisch genau hier. Ich blende euch das auch nochmal ein, wie das aussieht, wenn man den aufmacht. Aber der funktioniert auf jeden Fall ultra nice. Und oben drüber haben wir noch eine Besonderheit, gerade für eine russische Pfeife. Und zwar ist das ein Tellerschliff. Du könntest aber auch noch ein weiteres Stück von der Rauchsäule ablösen und dann den Kopfadapter direkt mit der Rauchsäule verschrauben. Dann wird die Pfeife noch ein Stückchen kleiner und du hast keinen Tellerschliff mehr. Wenn du das möchtest, geht's. Ich hatte die immer genauso. Und bevor wir jetzt zu den normalen Review-Punkten kommen, noch der Grund, warum die Pfeife einen ganz besonderen Platz bei mir im Herzen hat. Und zwar war die ein Geburtstagsgeschenk von meinen Leuten. Und das ist auch immer, wenn du die Pfeife raust, dann denke ich da dran. Dann saßen die Jungs hier, bewanderten sich im Stream. Dann war so, ja warte nochmal kurz mit dem nächsten Kopf. Und dann haben sie auf einmal die Pfeife reingetragen. Und da an der Stelle auch einfach nochmal ein Dankeschön. Wird bei mir immer noch sehr, sehr oft benutzt. Und immer dann, wenn ich sie rauche, dann denke ich auch da dran. Das ist aber was Schönes. Und dann kommen wir noch zu den normalen Review-Punkten. Verarbeitung, Qualität und Materialien. Optik und Design. Rauchverhalten. Und das alles zusammen am Ende nochmal in ein Fazit. Verarbeitung, Qualität und Materialien. Es ist eine schweineteure Pfeife aus Russland. Die Verarbeitung in Russland ist meistens nicht so geil. Bei der Pfeife ist sie aber sehr solide. Es gibt nur eine Sache, die mich an der Pfeife wirklich triggert. Und das sind die geisteskrank langen Gewinde. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, diese Gewinde einfach jeweils einen fucking Kilometer lang zu machen. Aber du schraubst dich an der Pfeife dumm und dämlich. Und wenn du die halt immer gescheit reinigen willst, dann musst du das auch immer machen. Und dann bist du da nonstop am hin- und herschrauben, wie der letzte Otto. Da kann man aber mit leben. Vor allem, wenn die Gewinde so schön flüssig laufen wie bei der Pfeife. Und auch sonst hast du da keine unglaublich scharfen Kanten. Das ist jetzt nicht entgratet wie eine Simulation oder so. Aber für eine russische Pfeife kann man zusammenfassend sagen, ist die Verarbeitung schon sehr, sehr geil. Und wir haben halt eine reine V2A Edelstahlpfeife. Und das ist tiptop. Optik und Design. Erstmal der Blower vorneweg. Der gehört da ja auch immer mit dazu. Der ist relativ simpel. Der kommt über der Base raus und breitet sich dann einfach ein bisschen aus. Der ist nicht überragend schön. Der ist nicht hässlich. Der ist solide. Also da kommt einfach so eine schöne Rauchbombe raus. Das ist nett. Wunderbar. Und die Optik von der Pfeife. Ich meine Optik natürlich immer Geschmackssache. Ob euch die gefällt oder nicht, müsst ihr am Ende des Tages selbst wissen. Ich finde die Pfeife übertrieben geil. Und das wie gesagt, obwohl ich nicht mal so ein Automensch bin. Ich finde die Pfeife brutal schön. Die kleine Pfeife. Also ich bin ja sowieso eher ein Fan von kleinen Pfeifen. Und das spielt ihr mir halt komplett in die Karten. Plus sie sieht unglaublich besonders aus. Und sie sieht auch noch schön aus. Das ist für mich eine 1 plus mit Sternchen. Ob euch die gefällt, müsst ihr euch selbst überlegen. Und dann das Rauchverhalten. Und bei Pfeifen mit einem integrierten Molassefänger muss man ja eigentlich erstmal ein bisschen Angst haben. Weil so ein Molassefänger kostet Durchzug. Der kann das Rauchverhalten verändern. Und ist tendenziell fürs Rauchverhalten eher eine Gefahr. Die sind zwar sehr sehr praktisch. Aber könnt ihr das Rauchverhalten halt sauschnell kaputt machen. Bei der nicht. Rauchverhalten ist immer noch ultra geil. Sie hat einen ganz eigenen Klang. Der auch durch den Molassefänger kommt. Der da integriert ist. Du hast einen typisch russischen Durchzug würde ich sagen. Also ist schon etwas schwergängiger. Aber auch wenn ich da mal ein Funnel drauf geraucht habe. Was zwar nicht oft vorgekommen ist. Aber das geht trotzdem. Aber perfekt ist die Pfeife halt in Kombination mit einem Meerlochkopf. Ein Meerlochkopf auf eine russische Pfeife fühlt sich einfach verdammt richtig an. Und so eben auch bei der VZ-Koste Mini. Das Entlüften geht relativ easy. Ich hatte da nie irgendwelche Probleme, dass mir Kugeln hängen, dass mir Wasser in den Schlauch kommt oder sonst was. Und die Pfeife hat theoretisch noch einen stufenlos verstellbaren Diffusor unten dran. Den habe ich mal getestet und dann nie wieder benutzt. Nicht weil der schlecht ist, sondern einfach weil der Klang und das Rauchverhalten von der Pfeife, wenn der Diffusor zu ist, einfach 10 von 10 ist. Und mit dem Diffusor für mich hat es sich nicht so richtig angefühlt. Und dann das Fazit zu der Pfeife nach so einer langen Zeit, wo ich die jetzt geraucht habe. Also ich habe bestimmt schon mehr als 100 Köpfe jetzt darauf geraucht und ich bin nach wie vor begeistert von der Pfeife. Sie ist viel zu teuer. Sie ist ultra stressig überhaupt zu bekommen. Aber wenn man eine hat und man so eine Wertschätzung dafür hat, dann ist das schon ultra geil. Und gerade für mich, da sie ein Geschenk war, ist das eine 10 von 10. Also vielleicht kann ich da auch nicht ganz objektiv sein, weil ich sie eben geschenkt bekommen habe und da noch viele Emotionen mit drin stecken. Aber ich bin nach wie vor unglaublich happy mit der Pfeife. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist es für mich optisch und ihr sie irgendwo findet zu einem angenehmen Preis, dann kann man da sagen, Rainer, das ist ein geiles Ding, das hat nicht jeder, auch weil man sie nicht kaufen kann, aber es ist einfach eine geile Pfeife. Das mein kurzes Langzeitfazit zu der VZ Custom Mini.